Wir haben die Cops echt gut gefetzt, ne? Ja, Mann. Das war richtig gut heute. Heute gab's Blut, Junge. Ey, wir machen das weiter, ne? Ich will die 606. Mhm. Morgen geht's weiter, ne? Ich weiß alles. Er hat die Dienstnummer 606. 24559 irgendwas. Phil Connor heißt er. Dann 7. PD. Alles. Ich hab seine Unterhose. Bruder, ich würd' sagen, scheiß auf die Zinke, lass den Staat ficken. Der Staat wird sowieso gefickt, Bruder. Jo, hier links oder so. Pfui, hier. Ja, hier ist gut der Cops. Ja, ja. Wir dürfen die Autos nicht sehen, sonst machen die Faxen. Die Carre stelle ich halt in Fahrtrichtung. Ähm, Carre ist offen, Motor aus, ne? Ja. Ich muss was in den Koffer raumpacken, ne? Waffensets. Ja, die Carre ist offen wohl, oder? Park ist voll. Ey, die Person, die gehört, ich nehm die mit, schenkt die einfach irgendwelchen Leuten, ne? Hängt an. Ihr müsst die Autos quer stellen, ja? Stellt die Autos quer und versucht hinter die Autos zu gehen. Bevor den Cops einfach quer stellen. Nalli, oder? Ich hätte gerade hier unser High-Spot hier, weißt du? Ja. Kavallerie von hier. Mhm. Aber wir machen alle auch auf diesem Platz, ne? Mhm. Wird der Shop jetzt ausgeraubt, oder nicht? Ja, wir haben gar gestartet. Warum sieht dann nicht jeder so cool aus aus? Wurde auch gesagt im Funk. 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 Ich? Zeigt euch nicht, zeigt euch nicht. Geht jetzt fast vorm Store? Ja, ich bin Bodeneinheit. Der, der die Ansage da macht, ja? Bitte auf Dauerfunk. Packen direkt davor, Alter. Gucken erstmal direkt rein, wie Spass ist. Und lasst die jetzt mal aufschreiben, oder? Ihr könnt euch direkt wieder verkissen, ihr Kops, ne? Ja, ihr könnt euch direkt wieder verkissen. Fünf Sekunden habt' die Zeit. Fünf. Vier. Könnt ihr auch in das Mop? Ey, Sonny, Sonny, man sieht dann auf die Schulter her. Die fahren sich. Oha. Wer schießt da? Wer schießt da, Alter? Jagd die, jagd die. Wissen sie nicht, sie sind schon vorm Store. Mach die weg, die Humble-Männer. Da sind doch nicht gleich alle, oder? Ganz vorne in den RS5, einfach Richtung Auktionszelle. Nach aus, weiter nach außen Richtung Auktionszelle. Auktionszelle vorbei. Business Tower. Ich bin natürlich vom Business Tower unter der Brücke. Am Platten. Zeigen jetzt gleich aus. Äh, Jungs, wo seid ihr? Nehmen wir doch auf dem Dach am Lime Shop. Okay. Sind jetzt gleich am Rückenpark. Da sieht die ganze US Army auf den Dächern. Mit dem PD. Oha. Wir haben sich komplett zurückgezogen. Wir haben nur einen Streifen bei Mackay hat. Ist das Sicherheitssystem bereits ausgeschaltet? In dem Shop? Jetzt gerade, ja. Na gut, dann kannst du rausgehen, du kriegst keine Punkte. Lass den PD fahren. Gucken, was da abgeht. Von drei Autos verfolgt. Los, los, los. Der wird verfolgt. Wo seid ihr? Hallo? Wir fahren wieder Richtung Himmler. Oha. Ah da. Deckbord. Out and body, Chafter. Out and body, Chafter. Würfelpark. Kops verfolgt. Richtung PD fahren wir. Fokus. Das FAB. Autos. Ja, wir sind jetzt PD. Fahrt nicht zum PD, ihr Idioten. Die wollen uns doch bloß zum PD lopfen, Alter. Ja. Jetzt fahren wir Richtung Krankenhaus. Fertig. Stehen bleiben oder wir schießen. Stehen bleiben. Stehen bleiben oder wir schießen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Stehen bleiben. Nein, gib mir jetzt, gib mir jetzt. Gib mir jetzt. Gehenkam. Jetzt. Ey, jetzt gefällt dir Passau. Arm. 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 Lass sie weg, lass sie weg, lass sie weg. Oh mein Gott! Meine Weste ist weg! Was machst du? Wir können keine Wegekommen haben. So gut wie wir reprimiert auf der Straße Auto! So gut wie wir reprimiert auf der Straße Auto! Bruder wir werden nicht ein Meter weit weggekommen, Alter! Ehrlich, bruder, gib ihm! Wo, wo, wo? Du, gleich kannst du dich auf der Straße retten holen. Die wären nicht einen Meter weggekommen. Leute, die gibt's doch... Wann kommt der dritt? Nein. Hallo? Was geht's? Ich würde dir empfehlen, ganz schnell aufzupassen, weil es kann dort ganz schnell ganz brenzlig werden. Ich hab's rennen sehen. Schau mal, dann schafft er es jetzt. Halt den Kopf unten. Was sehen wir? Ist es nur mir aufgefallen oder haben die Cops Affengeräusche gemacht? Ja. Oh mein Gott. Haltet die Fresse. Haltet die Fresse. Und so haben die die ganze Zeit gesagt. Da ist... Steigt alle aus. Steigt uns gemeinsam aus. Wir pushen die. Komm 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 steigt aus. Steigt aus. In oben. Oben auf dem Balkon. Auf dem Balkon. Auf dem Balkon. Auf dem Balkon. Über euch. Drei Elfa Wieler. Drei Elfa Wieler. Über euch auf dem Balkon. Jungs. Über euch auf dem Balkon. Jungs. Die springen runter. Wischen unseren Autos. Wischen Kuruma. Habt ihr neulich. Uh. Ich werd gefickt. Jungs. Jungs. Komm zurück. Ich werd gefickt. Fortschundzahle. 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 Scheiße. Die haben Highground. Nicht gut. Weiter. Sehr gut. Pusht die tot auf dem Dings. Leute lasst uns mal lieber sammeln. Digga. Hallo. Kommt ihr das Parkhaus oder so. Kommt mal hierher. Wir lasst die pushen da oben. Kommt ihr. Kommt ihr. Kommt zum Parkhaus. Los. Lass das einnehmen hier. Ja. Ja. Okay. Parkhaus runter. Runter. Durch. Ihr müsst es da rein schaffen. Los. Ey Leute. Macht nicht ohne richtige Fight. Weil die haben Highground. Kommt alle zusammen. Okay. Halt euch und lasst uns hoch pushen. Wir hängen hier auseinander. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Oh Digga. 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 Rein. Down. Voraht, ich liegt hier. Einer, jammt runter, jammt runter. Wie sie es aus? Oder ich weis nicht. Wir haben jetzt pushen. Wir haben Pamp kans. Digga. Das ist Nahkampf, Digga. Wie viele sind wir denn noch? noch genug noch genug noch genug da sind viele toten egal das sind viele tot ja ich bin soweit breitiger das echt scheiße der guten revolver hit gefressen digga leute sollen uns zurückziehen gucken ob die versuchen die zu stabilisieren wird zu schlangen zurück oder was nein nein nicht zurückziehen nicht zurückziehen wir müssen hier wieder auch die muni beten digga lasst die muni beten die acham mit bisschen zu schließen alter sich ja hinten beim rtw an der kurzung ab durch nicht pushen lasst euch nicht pushen so wer braucht verbandskästen ich muss wir müssen unsere leute stabilisieren was mal auf jetzt vielleicht können wir uns unter die stellen lasst von hinten einfach einfach überraschungsangriff jetzt hier links die von einer freundung ab westlich von gebäude sind jetzt alle ja sind locker noch sechs sieben stück ich habe das jetzt gesehen sechs sieben stück ja okay dann hast du treppen und zusammen pushen digga sind alle bereit okay jetzt werden noch reiten ein paar von euch hat von uns wohnen verbandskästen leute okay alles klar ich habe verbandskästen hier full wer braucht kommt her ich habe genug hier kommt 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 schüttchen jetzt bereit wir sind bereit ja ich rennt vor digga okay hat die los 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 noch geben ich denke ich hätte ich vor ich habe eier hatte 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 recht zu ich habe doch links praktisch geht runter macht die weiter weg verfolgt sie verfolgt sie Fick die, fick die, fick die, fick die, fick die. Wir nehmen Kuruma hinter den Fotzen her, Alter. Hinter den Fotzen her, Digga, ohne Witz, mach sie weg, scheiß Kopf, Digga. Warte, warte, steig auch an, warte, warte. Der hat so Nasenblut nach hinten. Bestabilisiert unsere Leute. Weg mit dem. So, stehen bleiben. Guck, dass die Medics keine aufhören. Weh geblieben jetzt, ihr scheiß. Die Medics geht zurück. Nimm die Hände hoch, jetzt. Hände hoch, Hände hoch, alle, alle, alle. Waffe weg, Hände hoch. Jetzt holen wir die 606 noch, Jungs. Leute, kommt mal her, kommt mal her, ich hab ein bisschen Geschenke für euch, ja. Trieche ich da Bullen oder was, Digga? Uh, shit, ich hab Bock aufs, äh, Dings Burger, ja. Kommt raus, kommt raus. So, was sollen wir mit dem machen? So, die nehmen wir mit dem Bullen. Ami, Insurgent. Insurgent. Insurgent, sollen wir die jetzt Kinder einfach diese Bullen hinrichten oder nicht? Nicht auf die Ballern, nicht auf die Ballern. So, hallo, ihr hört mir jetzt zu. So, Handys und Funkgeräte sofort wegschmeißen. Ja, da kümmert ihr euch. Insurgent, nicht auf die Insurgent. Nein, nein. Hallo, ihr ortet jetzt alle den Audi 3509, ihr sammelt die Autos ein, die ihr habt, und fahrt zu dem Audi 3509. Habt ihr verstanden? Check. Äh, die Army sammelt sich hier mit Insurgent. Audi 3509. Söhn die doch, die dürfen nicht zugreifen, die dürfen die nicht. Wo kommen die Schüsse? Parkus rein, Parkus rein, Parkus rein, Parkus rein. Oder nicht, das wird... Mal fesseln an, ja? Mitkommen, 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 los, mitkommen. geht unter die brücke fahrt unter die brücke dort fahrt ins parkhaus rhein wo sind die cops nicht auf die auch weg ich gebe ihnen noch eine die beides ich habe noch ein laptop schmeißt das weg alles einfach umschmeißen was im haben so ist leer eine pd-strafe ist auch aber kranken australien und meiner meinung nach sollten wir weg weil die armonie uns schon erst gespottet hat so wenn die aufgehoben aufgehoben werden so wenn man ja lass dich abstechen oder was richtig den weißt die dinge wenn wir da rausgehen ein bisschen dritt ist damit er da drin alle arme soldaten haben wir hören wir haben eine geisel oben auf dem kh3 dach ja wir brauchen hier jetzt irgendwie eine abholung hier kommen mit helikopter ja beeilt euch alles klar bettet den helikopter und taylor fährt mit kurma wieder zurück abfahrt abfahrt wie ist denn dein namen officer boris kommt aus europa ja halb russer halb deutsch ok du bist rang 0 du lass es dir gut gehen lass seine füße baumeln solange wir das noch zulassen willst du einen tee? einen tee? ja einen tee klingt gut habe ich schon mal parat hier aber das kalt den soldaten abknallen oder? ja würde ich schon machen auf jeden fall so soldat du dienst dem falschen land botzeln vollen tschüss du sollst die fresse halten blau 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 sind die berge wir betreffen uns dort dort ist viel schon passiert wisst ihr was ich meine? einmal ja wenn nein dann erkläre ich genauer nein ok kein problem moment ach so ja ihr ort dann einfach nicht schafft alles gut du sollst dich zweifelt